Hallo! Und zwar, was auch Folgendes ist aufgefallen. Und zwar ist das voll die Drogenwelt. Der Hase kauft die Drogen beim Dealer Mockery. Der Dealer Mockery verkauft Drogen an alle in dieser Welt. Und stellt sie aus den Pflanzen in dieser Welt her. Der Kreislauf der Drogen, ihr meint. Oh ja. Wir haben die Hanfpflanze erst. Die Drogen, die Drogen, die Drogen. Ich bin wieder da. Ähm. Jo. Jetzt sind wir wieder hier. An unserer altbeliebten Stelle. Und so. Ich mach Dumbo raus. Dumbo ist böse. Spritzparty mit Dumbo. Das ist so ein Name. Ich weiß gar nicht, wie der überhaupt entstanden ist. Ach ja genau. Dumbo spritzt den Gegner mit Wasser. Mit ganz viel Wasser. Nein, er bespritzt den Gegner. Mehr steht da ja nicht. Du nervst gerade. Ah ja, stimmt. Da war ja was. Hm. Ich brauch meine Erfahrungspunkte. Ah. Hier frisst den. Brr. Oh, einer ist explodiert. Ultima. Dann kriegst du jetzt... Dumbo zu spüren. Oh, ich sag du stirbst. Braah. Maximum so... Oh, level up. Geil. Natürlich KP wieder. Muss sein. Ich setz einfach viel mehr auf KP. Die Leben sind mir wumpe. Zum Ende hin setzt er noch auf Leben. Aber sonst... Ist hier nur... äh... Button... Smashing, Vergewaltigung und so. Oh nein, der andere kommt wieder. Ich bin nicht mehr alleine. Nein. Ne, 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 wie nicht. Ich mein Sandwicher. Nein, oh, aaaaan. OOo معan. Komm, damit geht mir mein Head-Zett dadurch wie schrott. Hoffe ich mal auch. Aber... du hast dich ja verschissen. Na ja, ich mach... Oog, du hast irgendwie einen fetteren Kopf. Ja, den hab ich. Ach... So... Und da kann immer überträffen. Sooo. Kr affordable... Quasi ist auch dabei Ja mit dem Kampf, danke Ja ja, ich probier mal ganz einfach so aus LOL Der Sound von meinem Headset geht nicht Wieso? Ja frisch den und Aber Ich denke mal der Ding Sound wird noch aufgenommen Gucken wir mal Wirst du noch aufgenommen? Jetzt Du weißt doch was ich hinaus will ne? Ja natürlich Was warst du noch Mario Kart? Mario Kart Ja 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 Der Party vater Ja 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 mit der starten vor schrägten ja sehr stark Schrecken genau 4 2 2 er wurde ein 2 und weiter die so gut so gut eben das alles erfahrungs ich bin schon wieder kurz vor dem Level ab eh, bloß nicht bei diesem Sound ja, das hättet ihr nicht erwartet mach mir den Reichstuhl schon selber aber weil jetzt da der Sound bei meinem Headset spaziert ganz ehrlich welcher Sound meinst du? ach Kopfhörer ich höre nicht nur auf die Kopfhörer ach so ja, oder ich hab hier einfach irgendwas eingestellt ah ne, ich glaub ich hab sie auch an den Button ausgestellt egal probier's einfach nochmal ne ich, ich, ich setz aus dem warte mal super ähm, ich seh nix mehr ich hab's leise gedreht da-da-da-da-da-da-da-da-dam-dam so ich habe jetzt kein Sound mehr du musst dazu hinse nominated denom Rausch der brauche ich auch nicht behalte du das jetzt der weiß nicht wie du abmockst sie kam so geil aus und wie bei Opas Discos das ist doch geil aber ich freue mich mein Headset geht ja immer noch ich erinnere mich grad selbst also so erinnert mich das grad an Light jene Szene vor der 6 Folge 1 ach dann müssen wir so lang gut Death Note dann nehmen wir den Death Note Death Note Du scheuter eine kleine Versammlung zu sein ey das muss der Prozess sein von dem der weiße von dem der weiße von dem der weiße Ecken hin äh sie hast sie vorgesagt natürlich nicht das haben die ungerecht getan wie der an die Schuenschule die Schule vorher geworfen die Erbslose wollen zu haben und der Beule pro König reist sehr pappel da pappel in der weise ich koste gerade im Beweise wir haben die Verkäufe das ist die 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 gehen es war er hat das kann ein Verletzter das hat das sind er hat Königin in der Nähe ich kann noch nicht dafür dass sie euch nicht erinnern können 2 Rea Lüge wurde es ja wieder herrnst du es wird so recht vor die Trommel ein Teil der Welt zu bezogen und aber er sagt alle Oster eines haben diese Wettbewerb genannt wird er abruhig erhielt auch nach der lüge der heimstuhr in der Eindelaufgut an und die anderen schwarz so nicht viel besser diese reise die scheiße dem rauf und einmal ich überleg' gerade mal ich geh' gerade mal die Welt ich hab' schon einen Luggen äh, 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 so hoher äh, äh, nein, ne ja das ist ein ja genau die Moment der Prozess eine Pfarrer sie sind erst mal nachforschen bevor die unschuldige gehaftet werden anweilen wir hatten aber ein paar Hälfte Juli ja ausleihen das ist nicht wahr sein wer auch so ein uhr werfen die jahre das ist abhängig ich bin natürlich wieder darauf nicht erwähnen der Abwehr kann man stimmt das wäre ja so aus wo auch uns haben und herrung ist abelbeherrschen siegespräsident also einmal ist scheiße zweimal ist nicht mehr okay ich bin der dieb wie überhalte was wirklich natürlich nicht seit ich dann sagen sind und sagen naja wir holen welche wahren täter der hause ansehe ich kratzen das toller normalen Gegner in Kombinationen sprechen jetzt kann die Drohngatze noch ein Beweis Prozent das ist wo passend mit dem Weg er macht es mal was er denn er macht Spaß immer wenn es war er macht Spaß die Arzt hat ernsthaft gelesen die dann wie grau oder wie die Ardachlund das macht er glaube ich bin um Argenau ich bin das nicht als vergessen und ich reine Martin ja Ah, mein Gott! Hallo, ich bin Kato. Äh, ich würde mal RP wieder nehmen. Der hat 2600 Kato wieder, aber keine Sorge. Ich brauche einfach K.P. Ich bin so viel Karten wie möglich. Offenbar aus dem Kopf. Waaah, du waaah, 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 waaah. Ich glaube, wir wurden übertrumpft. Loooooouft! Das sind aber sechs. Es ist so lange, die Trumpf. Das war... Äh, warte, warte, wie war das? Weil jetzt, was das ironische ist? Chain of Memories. Nein, das Kampfsystem besteht aus Karten. Das wird Karten gegen Karten gekämpft. Ja, das ist echt irgendwie so bisschen... Halliholla, Thajj?! Das songs desAla. Warte, lass, ich wollte mal seinen Text lesen! Hallihollao, Cupo. Auf seins hat karten sein Cupo! Hast du vielleicht alte Karten Cupo? Toosek gegen Pulsat zum Cupo! Peter Tart algumcardium. Ich fuck, derannya ist Heroes Hammort! 1 2 die die ok ja 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 das hat er mit dumm gemacht damit verkauft wir haben einen Mokri verkauft damit er verbrauchen doch hat sie wohl verkaufen klar ja ja das 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 So hab' jetzt spart' nicht drin. So, was jetzt verwalten? Wo sind wir denn überhaupt? Jetzt frag' ich mich gerade. Ach, schon soweit, ja. Dann passen wir noch das Set an und dann hat sich das. Dich wollte ich jetzt zugeben. Ach, passt. Jetzt können sie so doch drin bleiben. Hast du ja mitgehabt? Jetzt haben wir hier noch... Ah, passt genau. So, dich, da hin. Jetzt sind wir da auf der Stelle. Jo. So lieb. Okay, dann. Jo. Okay. Hololol. Hallo. 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 thisiaowwwwwwhhhhh, Lewis Karten. Ja, das ist ja auch nicht mehr aus der Wett raus. Ja, aus der Wett sind wir raus. Genau so wie aus der Sandwitchwelt. quasi?